Die Technik Gehst du, weg! Die Technik Ich denke, dass wir nach einem Vulkanausschau halten müssen. Die Silberkrone ist wahrscheinlich ein Wolkenband. Die ganze Zeit muss ich an diese Menschen denken. Sie haben alles verloren. Das Rätsel lautet, verfolge das Schlangenherz bis zum Berg mit der silbernen Krone, wo die Zwillinge sich finden. Ich frage mich, was die Zwillinge sind. Der Sturm sieht übel aus. Es ist nur ein bisschen Regen. Wir konzentrieren uns auf den Berg mit Wolken. Ein Berg mit Wolken. Wenn wir ihn finden, woher wissen wir, dass er es ist? Ja. Ich habe das Gefühl, denke ich. Andere Hinweise haben wir nicht. Der Wandmalerei nach kommen noch mehr Katastrophen. Am besten helfen wir den Menschen, wenn wir die Katastrophen und Trinity aufhalten. Okay. Aber können wir ganz sicher sein? Jonah, während ich vorhin den Dolch in der Hand hielt... Du meinst das Beben vor dem Tsunami? Mehr als das. Es erschien mir, als hätte ich etwas erweckt. Ich weiß, das klingt völlig unrealistisch und ist schwer zu glauben, aber ich bitte dich, mir zu vertrauen. Wir müssen einander vertrauen. Hey, da drüben ist vielleicht was. Wirklich? Was ist das? Der Sturm gefällt mir nicht. Versuchen wir es morgen nochmal. Wir sind schon so nah dran. Trinity würde sich davon auch nicht abhalten lassen. Miguel, kannst du irgendwo landen? Ja, ich kann euch bei Kovac Jako absetzen. Dann los. Mach mal. Geh, schau mal! 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 Oh, let's do... Geh! 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 und schon sind wir im dschungel und damit herzlich willkommen zurück zu shadow of the tomb raider in der definitive edition dieser ort ist definitiv nicht für menschen gemacht außerdem natürlich einheimische können das immer aber ja es haben ja das holz habe ich nicht habe meinen bogen noch nicht und ihr könnt natürlich auch gerne bewertungen lassen oder in den twitch livestreams dabei sein oder schauen wie wir hingekommen sind indem ihr einfach mal unten in der videobeschreibung in die playlist schaut das bewahre ich für später auf ich glaube hier hat uns absolut niemand geht es denn weiter wie lange okay wer dann wo sind sie ich muss sie finden nehmen alles anheilung mit was nur geht der berg mit silberkrone ich bin fast da da drüben ist jemand ich muss dorthin also jetzt kann ich mich bewegen alter dieser aussicht hier krieg sind so gut wie keinem anderen spiel ganz natürliche felskante da drüben ist das das flugzeug oder es ist einfach nur ein baumstamm der irgendwie angeleuchtet wird vom licht die beobachten und ganz sind gespannt hier fehler brauchen wir ja feine und outwärts machen federn gott voll im schlamm versunken hier ein feuer hier muss jemand sein wo seid ihr wie man da oben reingekommen ist ne na gut was zum suchen perfekt um lager soll ich hätte nicht gedacht dass der sturm so heftig wird naja das ist alles meine schuld ich hätte auf jonah hören sollen ich hätte den dolch niemals nehmen dürfen ich hoffe dass sonst niemand verletzt wurde und kein anderes dorf zerstört wurde nehmen wir das mal alles hier ich muss diese katastrophen stoppen bevor es zu spät ist achso wir haben keine mehr okay na schön ein teil des flugzeugs ist hier gelandet meine sachen sind in der fracht ich muss sie losschneiden aber lass mich raten wir haben kein messer ich brauche was zum durchschneiden in dem teil des wracks könnten scharfe metallteile sein na gut ich glaube kisten können wir auch nicht aufmachen das macht ja auch immer besser und tauchen na gut da war er da achso äh kreis das war ja tauchen noch nö die leben ja wochen überall ne so biecher da au alter voll den arm mach es weg meine güte ey sag ich ja kein ort für menschen soo guck mal hier ist auch noch ein seil holen wir uns schnell schnipp perfekt und schnipp dann doch noch kein schnipp meine güte aua guck mal hier ist noch ein bisschen schwarz perfekt das nehmen auch noch mit so nebenbei heilung kann auch nicht schaden so wo ist denn jetzt die letzte kiste ey ich find keine mehr hängt da auch so ein ding da na gut na guck mal du da haben wir doch noch was ich hab alles was ich brauch jetzt zurück ins lager kann man mal hier drüber waaas herausforderung es gab jawohl gut schauen wir mal gibt es nicht halt noch eins na gut schauen wir mal ob wir da schon hin können manchmal geht das ja noch nicht aber vielleicht ja doch so inventar und schärfen perfekt so jetzt schneiden wir den kram durch das müsste scharf genug sein holen wir uns he perfekt nöp irgendwas hält die vorräte noch bis hier oben schnipp hopp perfekt zip ja meine ausrüstung endlich ja und so so ein riesen koffer nur vom boom und walkie talkie mit kraft jemand da kommen miguel wo bist du verdammt ja doch karte geht wohl kann sagen ist ja nach hier hinten ist das gab okay wollen wir da reinschauen wir schauen noch mal rein oder wenn man schon hin kann wohl schon sagen lassen wir uns das nicht hingehen können auch hier was machen ich habe es doch gewusst er musste aber auch wissen wo der lang muss das musste aber auch wirklich wissen um da hinten hinzukommen aber hier geht es irgendwie nicht weiter ist das richtig wir müssen ein zweiter rechts ich verstehe das war der weg hier rechts da sieht er schon mal irgendwie ok was ist das ah ok nicht drüber nachdenken einfach rein sag ich doch wir schaffen das nicht na ganz toll na gut dann holen wir uns halt den jaguar gibt es doch bestimmt jaguare oder ich meine im amazonas leben die doch oder etwa nicht kann man ja eigentlich ja genau und jetzt hier sich sich verabschieden ganz schnell ist in ordnung da genau was muss man glaub ich dann seil rüber spannen hatten wir ja gerade eben gesehen naja ja genau perfekt rüber da rüber da einfach mal rüber da los müssen wir was mitnehmen das gefällt mir gar nicht mich wo bist du ich habe es gewusst mich ich glaube mich ist nicht mehr da ich habe so ein dumpfes gefühl was so ganz dumpfes gefühl hier michael 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 der ist durch was haben wir hier beschreibung eines monsters das haja ich meine können wir auch alle lesen aber ne michael das haja und runter da und runter da michael wo bist du vor 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 w w w w Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh, oh. Oh, 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 oh. Den hätte ich getroffen. Den hätte ich genommen. Sehr arena-artig hier, oder? Irgendwie kommt er so auf. Okay, wir machen da einen auf. Wir machen hier die Taktik. Es funktioniert. Jo, jetzt trifft mich einfach. Schade. Aufhalte ich ein bisschen gegen. Wo kommt der nächste? Hä? Da hinten. Oh, was? Weg! Einfach nur was, ey. Alter, voll ins Gesichtchen. Schade. Kommt der nächste. Machen ja hier die Taktiks irgendwie. Alter, jetzt so blutig, ne? Jetzt fall halt um. Alter, er macht noch eine Runde. Machen die Taktik. Gehst du? Weg! Alter... Ich Schneid tja habt ihr euch mit dem falschen angelegt ja gut ist nicht unbedingt alles mitnehmen warum vibriert man konnte ich muss mich ein bisschen weiter geht es noch aber ich glaube nicht mehr weiter nicht mehr viel weiter und ob schon da ist das erfahrt ihr in der nächsten folge und bis dahin